Einen wunderschönen guten Tag! Ihr wisst Bescheid Leute, es ist bald Weihnachten und was bedeutet das für euch? So Leute, ich habe mir jetzt doch nochmal meine Brille aufgesetzt und jetzt Spaß beiseite, hier nochmal alle Punkte kurz und knackig für euch zusammengefasst. Also bestellt am besten so früh wie möglich, nutzt vorzugsweise den Expressversand, schaut immer darauf, dass alle Produkte lieferbar sind, am schnellsten bearbeitet werden Bezahlungen via Paypal, Amazon Pay, Kreditkarte, ihr könnt natürlich aber auch auf Rechnung kaufen. Viel Spaß beim Weihnachtsshoppen, wir wünschen euch eine frohe Adventszeit und mögen all eure Wünsche in Erfüllung gehen. Tschausen! Ich weiß nicht, ob Tschausen wirklich so cool ist, aber egal. Besten Frühmorgens bestellen. Ne, jetzt war es auch wieder falsch. Aber ihr könnt natürlich auch gerne eine Rechnung kaufen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr immer schaut, dass acht Produkte lieferbar sind. Vorzugsweise solltet ihr immer den Expresszug benutzen. Und wenn ihr was bei uns bei Elbenwald und wenn ihr was bei uns bei uns bei uns... Ne, auch nicht. Am besten frühmorgens bestellen. So ist richtig. Vorzugsweise solltet ihr immer das Expressschiff benutzen. Und immer dran denken Leute, hang loose. Nein, nicht. Das soll ich nicht sagen. Okay, das ist nicht... Aber ihr könnt natürlich auch gerne auf einer Rechnung kaufen. Und immer dran denken Leute... Am schnellsten bearbeitet werden bei uns immer Zahlungen in kleinen, unmarkierten Scheinen, vorzugsweise in schwarzen Plastiktüten, in irgendwelchen Mülleimern. Am schnellsten beantwortet... Habe ich beantwortet gesagt? Ganz wichtig ist auch, dass ihr immer schaut, dass ihr immer am schnellsten bearbeitet werden bei uns immer. Bezahlung vom Papa. Wenn man es falsch richtig sagt. So. Ah Leute, am besten ihr bestellt einfach so früh wie möglich. Das war ja richtig. Verdammt. Ist das witzig? Das war ja richtig.